Am Ende des Winters wird so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Das hat Jens Spahn gesagt, nicht? Tom Cravalho. Also, dass sie überhaupt noch da sind, die poltern rum, du. Ich meine, da war ja Trump ein Stofftier dagegen, sozusagen. Warum? Naja, ich glaube, um ihr Versagen zu übertönen, ihre Infotenz. Da war ja teilweise Fehler, Fehlaussagen, Mistmanagement und Regelwirrwarr. Und ich habe ja den Verdacht, muss ich Ihnen ehrlich sagen, diese Superminister haben nicht mehr Peil als Sie und ich. Die haben nur teurere Berater, die wir zahlen. Und die fassen dann alles auf einem Platz zusammen zum Auswendiglernen. Und dann steuern 1% Panikmacher, 99% Lemminge. Was gestern wahr war, ist heute falsch, nicht wurscht. Was Verschwörungstheorie war, die Impfpflicht zum Beispiel, die Impfpflicht, der feuchte Traum der Pharma. Die ihm, nie wird es was geben, nie, dass Verschwörungstheorie mehr verdient. Nein, das wird jetzt, ein paar Monate später ist dann der doppelte Schutz futsch. Und dann, hat sich auch erst herausgestellt im Nachhinein, wird geboostert und gerustert und geschustert. Und nach der Omikron-Variante oder Mutante kommt die Xantippen und die Zombie-Mutante aus Usbekistan, Usbekistan, Tatschikistan und Kirgisistan und was weiß ich, Vergisistan, nicht. Hauptsache, die Panik bleibt frisch. Und um zu verstehen, dass Menschen zornen, liest dieses Gedicht nochmal von vorn. Wenn 60% geimpft sind, hieß es ja, mal, 60% geimpft sind, dann werden wir unser altes Leben wieder zurückbekommen. Ja, wo ist es denn, unser altes Leben? Ja, wo ist es, ist es ausgewandert, unser altes Leben, bei Vox? Oder ist es vielleicht tot, unser altes Leben, aber wir leben noch? Schöne Scheiße. Schön ist ja. Also ich meine, das Europäische Parlament, und jetzt kommt dieser Passus, der so Ärger verursacht hat, er hat einen Fonds für die Opfer der Covid-Impfstoffe beantragt. Also genauer gesagt hat das eine Parlamentarierin gemacht, eine EU-Parlamentarierin, und zwar Virginie Joron. Die ist jetzt von der Front National, also rechts außen, das gebe ich zu, habe ich nicht nachgegoogelt, aber ich, wie ich es dann wusste, habe ich mich gefragt, warum haben das denn bitte diesen Fonds nicht die Sozis beantragt, oder die Linken oder die Grünen, die auf der Seite des kleinen Mannes und der kleinen Frau sind, nicht? Das ist ein Fonds, ein Hilfsfonds für die Opfer der Covid-19-Impfstoffe. Und warum? Der wurde dann nicht genehmigt, dieser Fonds, aber warum einem, ja, weil die, zur Entschädigung, weil die Pharma verweigert ja die Haftung. Ja, natürlich, klar, die Ganoven sind ja immer wieder in schwere Kriminalfälle verwickelt. Entschuldigung, dass ich das sage, aber man muss es ja sagen. Johnson & Johnson mit drei anderen Pharma-Händlern zusammen, haben die einen Vergleich von x Milliarden Dollar bezahlt. Ich habe es mir da notiert, Pfizer im größten Kriminalfall des Gesundheitswesens wurde zur höchsten Geldstrafe verurteilt, die je verhängt wurde, 2,3 Milliarden, all inklusive. Und zwar, warum? Wegen Betrugs über die Zulassung und Verwendung von vier Medikamenten. Gut, es kommt nicht dauernd vor, aber es schafft kein Vertrauen, oder? Ja, jetzt verweigern die die Haftung, blöd werden es sein. Die haben was gelernt und die Haftung, die liegt jetzt bei den Staaten, nicht? Ich meine, versuchen Sie mal einen Staat da zur Haftungsentschädigung zu kriegen. Das ist ja für den Lebendigen schon schwierig, für den Kranken schwieriger und für den Toten unmöglich. Warum sage ich tot? Gut, weil der Antrag für diesen EU-Hilfsfonds für bereits eine Million Verdachtsfälle von schwerwiegenden Nebenwirkungen bei Covid-19-Impfstoffen. Und laut EMA übrigens, Europäische Arzneimittelagentur, also nicht irgendeine Verschwörerseite, sondern EMA, E-M-A. Leider findet man es dann dort oft auf der 700. Unterseite in medizinischem Englisch. Gut versteckt, damit es ja auch keiner versteht. Und für 5000 Menschen war dieses angeblich, ganz groß angeblich, zu spät. Da besteht nämlich der Verdacht, dass die Folgen durch die Covid-19-Impfstoffe tödlich waren. Und 4200 davon bei Pfizer. Verdacht. Kann aber dazu bitte mal irgendwer Stellung nehmen? Ich meine, seriös Stellung, das wäre doch nett. Nein, man ignoriert und banalisiert, bagatellisiert und prügelt auf die Ungeimpften ein. Und bläst zum Halali auf den Sündenbock. Ich meine, kann mir das irgendwann mal erklären, warum die Geimpften geschützt werden müssen vor getesteten, gesunden Ungeimpften? Weil der Schutz gar nicht schützt, oder wie? Naja, der Geimpfte schützt sich selbst, prima. Aber die Krakelerei macht ja keinen Sinn. Doch, Moment, falsch. Für ein paar macht sie großen Sinn. Muss man sagen, weil die Panikmache, meine ich jetzt. Weil Pfizer hatte im ersten Halbjahr 2021 10 Milliarden Gewinn. Bei Yontech immerhin 4 Milliarden. Und da fällt mir doch der Dings ein, der Donald. Nein, nicht der, sondern der Rumsfeld. Der war ja Aufsichtsratsvorsitzender oder sowas bei Gilead Sciences, eine kalifornische Biotech-Firma. Und von denen hat Roche diese Zulassung bekommen, die Lizenz für Tamiflu damals. Tamiflu wissen Sie sicher noch. Und Donald war natürlich Anteilseigner der Aktien. Und dann war er nachher Verteidigungsminister. Wieder, ich glaube, er war zweimal Verteidigungsminister. Und dann hat das Verteidigungsministerium, natürlich auf Empfehlung von unserem Donald, hat Tamiflu bestellt in Hülle und Fülle. Und zwar insgesamt im Wert von 58 Millionen Dollar. Und die Aktien, bui, Rakete. Und Donald war noch schwer reicher als wahrscheinlich vorher. Ach schon, da hätte sich Donald Duck mal ein Beispiel nehmen sollen, nicht? Das Tamiflu haben sie später weggeschmissen. Ja gut, das ist schon eine Monsterabzocke, wenn es gut läuft, geht. Und unsere Hasenfüßigkeit ist deren Trumpfkarte. Naja, früher war es die Angst vor dem Fegefeuer. Sündenablass gegen Bares. Und jetzt sitzt die Inquisition in teurem Zwirn in Chefsesseln, nicht? Also, ich weiß, sie regen sich auf. Man regt sich immer über den, der anderer Meinung ist. Aber laut ARD-Monitor, laut ARD-Monitor, im Dezember war das sogar noch, sind 40 Prozent der Covid-Lauf, der intensiv doppelt Geimpfte. In Israel fast alle. Ich meine, merken Sie was? Es wird nicht besser. Es wird irgendwie nicht besser. Und ich frage mich, ganz bayerisch, warum reißen Politiker immer so präpotent das Maul auf? Und mit Aussagen, die Sie später nicht wenigstens aus Anstand einmal revidieren. Müssen das nur Kabarettisten den Gang nach Canossa gehen? Und bei den Politiker ist es wurscht. Die haben gegen alles Immunität. Ich meine, in einem Krieg mit der Pandemie, heißt es, muss man das Gesundheitswesen aufrüsten. Richtig. Und der Flaschenhals ist dabei das Personal. Richtig. Unterbezahlt. Aber die Flaschen sitzen in der Politik. Überbezahlt. Mr. Spahn war früher Pharma-Lobbyist und hatte eine Lobbying-Firma. Das heißt, das ist jemand, der die Interessen der Pharma vertritt. Wo wird er wohl hingehen, unser Spani? Durch welche Drehtür hinaus und wo wieder hinein? Werden wir ihn wiedersehen? Oder vielleicht auch nicht, weil der neue Job dann nicht mehr so öffentlich ist, aber noch höher bezahlt? Leute, es tobt ein Glaubenskrieg und ein Geldkrieg. Glauben heißt ja, nicht wissen. Das sind wir. Und unter denen, die wissen, da gilt das alte Geheimdienstprinzip Need to Know. Also das heißt, Schmittchen muss nicht wissen, was Schmidt weiß. Und da tobt der Krieg nur. Und nur ums Geld. Covid-19, das ist ein böser Virus, aber es ist auch die Krügerts. Die größte Geldmaschine aller Zeiten. Nur halt nicht für Sie oder für mich. Nein, für uns ist es ein Pleite-Virus und ein Glaubensspalter. Amen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, uns eint das Ziel, die Pandemie zu bewältigen und die Überlastung des Gesundheitswesens abzuwenden. Ein guter Immunstatus trägt wesentlich dazu bei. Und eins sind wir uns, ob eine Impfpflicht das geeignete Instrument ist. Diese Differenz zieht sich durch die Gesellschaft, durch Familien, Wissenschaft und Parteien. Selten wurde so emotional diskutiert. Die Menschen, gerade die Jungen, sehnen sich nach Normalität. Und das ist nur verständlich. Uns haben viele Menschen, auch zahlreiche Geimpfte, geschrieben, dass sie eine Impfentscheidung selbst treffen wollen. Viele haben Ängste. Einige berichten von starken Impfreaktionen. Dem Paul-Ehrlich-Institut liegen nur gemeldete Nebenwirkungen und Impfschäden vor. Wie hoch die Dunkelziffer ist, wissen wir nicht. Wir sollten die Fälle systematisch erfassen. Damit nehmen wir die Bedenken ernst. Und das schafft auch Vertrauen. Omikron hat die Lage grundlegend verändert. Wir wissen nicht, welchen Schutz die Impfung bei neuen Varianten bietet. Und eine sterile Immunität, so führen die Virologen, kann mit einer Impfpflicht nicht erreicht werden. Wenn ich mir aber die Reden hier anhöre, fürchte ich, dass genau diese Erwartung geweckt wird. Und das führt doch zu weiterem Frust. Nach heutigem Stand geht es bei der Impfung eher um den Eigen- als um den Fremdschutz. Und daher ist eine Impfpflicht noch schwieriger zu rechtfertigen. Und die Aufgabe des Staates ist nicht, die Menschen vor sich selbst zu schützen, sondern das Gesundheitssystem am Laufen zu halten. Wir brauchen niedrigschwellige Beratungsangebote, mehr Forschung, eine bessere Datenlage. Und ein wirksamer, anhaltender Immunstatus nach einer durchgemachten Infektion sollte angesichts des erheblichen Grundrechtseingriffs anerkannt werden. Bei der Beurteilung, nein, ich möchte keine Zwischenfragen beantworten. Bei der Beurteilung der Immunität der Bevölkerung sollte auch die Zahl der durch eine Infektion immunisierten Menschen berücksichtigt werden. Jetzt ist die Redezeit. Wir brauchen weniger Alarmismus und mehr Sachlichkeit. Neue Erkenntnisse führen in der Wissenschaft dazu, Positionen zu revidieren. Daran sollten wir uns in der Politik ein Beispiel nehmen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.